Da war einer. Da lebe ich schon. Ich glaube das war meiner. Nee nee, das war ein Gegner. Achso. Ich muss ja erstmal klar sehen, wer ein Gegner ist hier oder so. Wir sollten ja erstmal hier rüber rennen. Ja, ja. Ok, ich lad erstmal nach. Sollte ich vielleicht auch mal. Komm mit. Bist du hinter mir? Ja, ja. Ich folg dir. Ich muss mich bloß grad mal mit nem Sichtfeld einordnen. Geht's lang? Achso, da. Ok. Hast du mir grad zugeleuchtet? Nee, ich hab's hier auch. Es sah aus, ob du mir ein Zeichen gibst. Es sah aus, ob du mir ein Zeichen gibst. Es sah aus, ob du mir ein Zeichen gibst damit. Oh, gar nicht mehr. Zeichen, wohin ich gehen soll. Oh, hier ist ja noch einer von uns. Juhu, jetzt muss ich nicht zu dritt. Ja. Ja, ich zock's ja aus mir erstmal, aber... Sieht aus wie so'n U-Bahn-System oder was ist das? Ja, ja, das ist Metro. Ah, Metro. Die ist eigentlich cool. Die spiel ich gerne. Ja, die sieht cool aus, jedenfalls. So, hier den Flaggenpunkt los mal, U-Bahn. So, ja, da lege ich mich mal hin, würd ich mal sagen. Irgendwo. Weil der genau liegt schon... Äh, wie wurde es nochmal Y? Achso. Wir haben gerade das Einsatzziel neutralisiert. Nee, du bist... Ja. Weil die können hier von hier hinten kommen. Hier hinten. Hier sind Rolltreppen. Dann können die von hier vorne kommen. Und von den Gang da unten. Okay, die Rolltreppen bewache ich. Also die können eigentlich überall kommen. Ich sag, die Rolltreppen bewache ich. So, das haben wir, das haben wir. Geh mal rein, geh mal rein. Geh mal zu C. Oh. Äh, ja, gut. Da müssen wir mal ein bisschen eine Steuerung, Herr Hagelz. Der Hagelz ein bisschen. Sind wir uns hier drin? Oh, hier kommen auch rein. Wii, hallo. Ist da jemand Zug fahren? Komm, wir fahren Zug. Oh, das ist kaputt. Abtei ist kaputt. Die können ja ganz schön ausdauerndrennen. Oder habe ich hier die Kinderausdaueranzeige? Nee, doch, du kannst eigentlich die ganze Zeit dran. Das ist ja krass. Das ist ja nur trainierende Menschen hier. Ah, das sind, das sind die Bilder. Die nehmen wir Energie-Shake und da geht das. Energie-Shake. So, wenn das leuchtet hier, B, da wird das gerade B erobert. Ah, das war auch das, was wir gerade erobert haben? Genau, da waren sie nicht schon. Okay, dann gehen wir jetzt zurück und holen wir uns wieder. Also, nee, das können wir nicht. So, jetzt hier bin ich bei der Rolltreppe, jetzt könnten die auch... Ich bin tot. Ich hab einen. Ah, den zweiten hab ich leider nicht mehr. Scheiße. Aber ihn habe ich, ich hab's gesehen. Den Headshot hab ich den. Ich hab einen Kollegen von ihm getötet. Naja. Das ist ja normalerweise schwer. Ja. Aber ich muss mal sagen mal, der Eis-Eindruck, wenn man das schon ein bisschen länger kann, dann kann man ja bestimmt ordentlich fahren. Ich hab ja jetzt schon fahren eigentlich. Du hättest du, Erich gehst bei dir rein, aber du hättest das woanders rein spawnen können hier bei dem Platz. Es gibt ja die Plätze, die man schon erobert haben und da kannst du rein spawnen. Ah, ich Idiot. Ja, gut, das merkst du. Das war schon, das war eigentlich schon wieder bei der ZW. Bei der ZW gab es das ja auch schon. Bei der ZW gab es das ja auch schon. Die ZW haben wir ja auch sehr oft gespielt damals. Aber danach hab ich erst mal nix mehr so wirklich gezockt. Ja, ich spiel... Ich spiel... Was ist deine Waffe? Ich spiel hier AK, glaube. AK, 7,4 oder so. Nee, ich weiß das nicht genau. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Obern wir jetzt mal. Was? Schau auf hier rein, jetzt aus. Ich bin hier irgendwo in einen Einkaufsladen. Ich bin hier irgendwo in einen Einkaufsladen. Ich hab den, der ist war oben beim... beim Fenster. Ich komme gerade nur durch. Ah. Da komm schon noch mehr. Ich will mich in die Flagge. Du musst schon bei mir bleiben, der... Ah, okay. Du bist... Ja, 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 ja. Ich hab's gar vergessen. So, naja, die Flagge hier. Was bist du? Deine Flagge hier. Ah, du bist so sein, okay. Weiter. Wo und wo und so oder so. Auf den Tag, auf den Tag. Äh, beim Fenster. Ich hab mal runtergeschrieben. Ah, die sind unten. Ja, die sind unten. Ja, die sind unten. Ja, sie ist gar nicht. Ah, Alter. Ey, ich drehe mich immer rum und seh nix mehr durch. Also, ich bin... Du lebst ja nicht. Ne. Okay, äh, ja, aussuchen kann ich jetzt. Schuss ist mein Anteil. Gehst du hin? Ich geh mal kurz den Typen raus... Ja, bist du, ich seh dich. Du bist da oben am Geländer. Ich geh mal kurz den Typen rauskicken hier. Rausruhen. Ja. Warte, 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 warte. Ey, ist das... Achso. Ist das irgendeine europäische Stadt jeden Fall, ne? Ich glaub, das wird nicht nur so sein sollen, ne? Sieht aus wie Frankreich oder Deutschland wird schon beweglich. Will von Deutschland hat so... Oh, ja. Ah, pass auf! So... Oh, 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 oh. Das war böse, das war böse. Wo bist du? Ich versuch grad nachzuladen, ne? So, ich bin, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Ah! Ah, hilf mir, hilf mir, hilf mir! Sauber. Den... Lebst du noch? Hinter uns. Achso, das ist eh noch. Hinter uns. Hier kommt, hier kommt eh noch. Totes, totes, tot. Ah, sorry. Ich hätt dich fast n' Stich gelassen. Ey, ich war grad total mit der Waffe, total überfordert. Hier hinten ist auch noch. Komm vorm Rolltreppe! Zwei Leute, zwei Leute, zwei Leute. Was? Wo denn? Ich schick's Granate. Hier links. Hier links, ja. Da! Oh, 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 oh! Ich bin tot. Alter! Der hat mich... Alter, scheiße, wo hab ich den hingezieht, du? Shit. Ah, ich bin tot. Scheiße. Ich wollte doch diesmal eine Runde überleben. Naja, gut, ich bin jetzt Pinky-Profi, na. Achso, ich fang immer von vorne an. Ich wollte eigentlich jetzt gar nicht... Nee, wir hatten jetzt eh alles. Die hatten auch alles erobert, somit konnten da woanders reingehen. Also sind wir schon wieder an der Loser, an der Loser-Ecke. Aber das kriegen wir noch gebacken. Man muss ja erst mal üben. Ihr werdet sind jetzt... Sei es leid von dir? Wow! Ah, ist tot! Ist tot! Ist tot! Ist tot! Aber jetzt ist... Jetzt ist auch ich tot. Also eh... Oh, hä? Wie? Irgendwo schon abgeschossen, schon abgeschossen. Ist aber nicht wo, von wo. Ich bin in ein Haus drin, hä? Ne, du bist draußen. Ja, ich bin nur da draußen. Vor mir! Vor mir! Alter, ich kann gar nicht so schnell gucken. So schnell waren die da. Ich springe raus, wie so Kamikaze-Typen, Alter. Ey, ich hab jetzt so grad ein bisschen Bug gehabt. Bisschen lecken tut's grad. Naja. Ne, es geht wieder. Äh, ja. Wettreten. Ja, vielleicht soll ich doch mal ne andere Worte nehmen. Na, ich probier's noch immer. So. Vielleicht sollten wir... Wo? Ist hier jemand? Achso, du schießest schnell. Ne, ich hab bloß geschossen, weil das Fenster kaputt ist. Ah, doch, doch, doch! Au, au! Du kannst ja die, 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 die Gegner, wenn du willst, kannst du auf Q gehen und kannst die markieren, dass die, die da auf der Karte... Uuuh, da ganz schön viele sind so blöd. Achtung, das Einsatzziel wurde neutralisiert. Wiederholen, das Einsatzziel wurde neutralisiert. Munition haben wir leider nicht. Hm. Das ist blöd. Ich sehe noch einen Schaden. Achtung, ich werde jetzt den Rest geben! Alter! Ich hab den gar nicht so schnell an, wie sein kann. Ich brauch... Ich nehm doch mal ne andere Waffe hier. Mhm. Die ist doch nicht so mein Ding, die hat... Ich weiß nicht, da war die M4 besser. Ah, ich stürm hier auch so voran, wie so, äh, Kamikaze-Führer. Das geht gar nicht. Äh, ja. Ey, wir haben B erobert. Geh zu B. Wir haben B erobert, wenn du nicht schon drinnen bist. Okay. Das ist super, dass... Oh, fuck! Ja, gut, ging jetzt. Ich hab Waffe ausgewählt. Aber du kannst bei mir rauskommen, Eric. Du kannst bei mir rein sparen. Achso, wie geht das? Du siehst mich auf der Karte, siehst einfach meinen Namen aufleuchten. Ja. Und da... Kannst du auf mich reinkommen. Achso. Gut, nächstes Mal mach ich das. Habt ihr schon A übernommen? Ne, ich bin grad bei B, aber der ist irgendwie... Ah, hier ist auch jemand A. Fuck, ich Idiot, renn nur rein. Ach, jetzt sind wir genau ins Feuer. Lol. So, ich bin grad bei B, in der Obergrade B, wenn mich hier kein Name mich irgendwie stöhnt. Ja, ich versuch reinzukommen. Da siehst du meinen Namen aufleuchten da ganz allein. Ja, ich seh dich ja, aber... Woah, ich hab schlossen, ich hab schlossen. Ich hab schlossen. Alter, Alter, sorry, Alter. Sorry, Alter, Alter. Ich hab den umgelegt. Sorry, Alter. Oh, sorry, Alter. Ich hab... Ey, manchmal lobe ich an die Leute vorbei und seh die gar nicht mehr. Ey, das ist so krass. Aber wo muss denn noch einer sein? Der läuft bestimmt unten. Ich seh ihn. Ich hab ihn grad gesehen. Wo ist er hin? Ne, das bist du. Da, da! Der hat mich umgebracht. Wo ist der? Da hinten lang. Ja, da lang. Danke. Ah, ja. Oh. Ah, ich hab ihn nicht mal erwischt. Ich war grad ein Leben wieder. Alter, dann wird man schon mal wiederbelebt, Alter. Dann wird man hier nochmal wieder... Also, ne. Na, das war noch gleich zu hier. Äh, ja. Ich klicke hier immer noch irgendwie ein Bild rum. So. Ich will aber zu... Na, jetzt haben die ja wieder alles erobert. Da müssen wir wieder... Ach so, ja, okay. Da müssen wir noch der Base raus kommen. Ich klicke hier auf den Ding jetzt alle. Alter, was ist das für ein Freak? Wo klicke der denn? Das ist doch eh jeder Kind. Aber ich spiele das ja auch heute zum... Zweiten Mal heute. Also, heute überhaupt das erste Mal. Und mit G tust du Granate schmeißen? Ach, mit G? Also, ich weiß gar nicht, wo G ist. Ich muss vielleicht mal ein bisschen weiter in den Augen gucken. Ich guck mal noch. Erik, der lag gerade eh noch im Bund. Echt? Ja, ja. Oh, fuck. Ja. Hat sich jemand getötet? Ja! Mach eh noch! Scheiße! Ey, lol. Ey, da killt man mal in, ja. Da wird man gleich wieder um die Ecke mit dem anderen gekillt. Mann. Mann. Ja, man hat so ein bisschen... Leichtstück... Es ist schon so... Ja, man hat so ein bisschen... Leichtstück, äh, ich hab's getroffen. Ich probiere es nochmal mit einfach. Ich muss erst mal mit einfach. Aber was soll der Miss, Mann? Ich merke, du bist ein bisschen angepisst. Na, ich stehe alle bei uns und der Ecke hier. Ach, das Einsatzeild. Das Einsatzeild. Schießend tut. Ich sehe alle bei uns und der Ecke hier. Lebst du noch oder bist du tot? Jetzt ist er tot. Ah, da kann man wohl hinten noch bohren oder einer. Scheiße, wenn ich nicht nach vorne gucke, kann ich nicht noch nach hinten gucken. Ah, ich lebe wieder. Ah, ich stehe auf. Ich habe dich wieder überlebt. Danke. Ah, lass mich rein. Oh Mann, ich wurde gerade wieder am Leben. Pass auf. Komm rein, komm rein. Ja, ich stehe auf. Eine andere Waffe. Boah, Alter, ich hätte fast nie geschossen. Ich sehe ja nichts hier oben. Ja, dass sich das Treppenhaus kommt. Was hast du gesagt? Geh es. Ich habe nur eine Granate beschlossen. Geh es. Granate. Oh fuck, das ist ja sofort werfen. Das Glück habe ich die rausgeworfen. Ich bin tot gewesen. Geh es. Wollen wir los, Erik? Ah, ist erobert. Gut. Du auch wurde gerade wieder oben. Das haben wir auch schön ausgesessen. Ach, die hätten wir auch in den Raum, naja. Der wird mal einfach bis sie kommen diesmal. Aber ich glaube, das mögen die nicht so hier rum zu werden. Ne, komm mit. Oder geh runter, genau. Ich muss ja mal gucken, wo ich schlagen kann. Hier ist ein Treppenhaus. Ja, ich bin hinter dir. Dann wollen wir mal die Gegend... Warte, da ist er noch. Hast du gesehen? Sauber. Abm. Ich habe ja voll die Russen im Geh, oder? Genau hier lang. Willst du wo lang? Dann gehen wir mal hoch. Ja, wir müssen jetzt links besitzen. Geht der Bus jetzt eh nicht links. Ich küss sicher mal hinten ab. Der ist auf, da ist er noch. Der ist tot. Super. Pass auf, hier hinten. An alle Einheiten! Achtung! Wir haben das Einsatzziel verloren. Over. Man hat einen feindlichen MG-Schützen in eurem Operationsgebiet gesichtet. Over. Oh, er hat beschossen. Von hinten. Wie kann ich dir helfen? Was bist du? Von der Klasse. Ich weiß es gerade selber nicht. Nee, du bist du auch was anderes. Scheiße, ey, will ich nachladen, der Arsch. Du warst irgendwie... Insanitäter. Ich habe dich aber gerecht. Das ist schon mal etwas. Deswegen, das war es. A. So, wir können A rauskommen, kannst du? A rauskommen, A, gute Idee. A, ich will A. Achso, hier, sorry. Du kannst du da auf mich klicken. Ja, ich habe es gemerkt, ich habe die ganze Zeit falsch geklickt. Ah, nee. Aber ich habe es jetzt wo es bin. Äh, ich bin doch bei A. Okay. Ich bin wirklich bei A. Bin bloß unten gelandet, gespawnt worden. Was? Ich habe auf den geschossen. Den nukst du gerne. Ich gehe mal auf Nummer sicher durchs Haus. Dann komme ich da besser durch. Okay, ich sehe mindestens Leute schon mal. Was? Ich bin tot. Okay. Ich versuche mal wieder, dich zu treffen, vielleicht. Dann kommen wir nämlich gar nicht so schnell. Wenn du nur lebst, ich komme auf dir rein. Also, ich spawne in dir rein. Du spawst in mir rein, sag das nicht normal, bitte. Das geht so einfach nicht. Spawne bitte nicht in mich rein. Ich bin tief in dir reingespawnt. Alter, da ist er noch. Ah, weg, 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 weg. Das sind übelst viele noch, muss aufpassen. Ich sehe es, Alter. Ich gucke nur immer noch ran. Ich zoome mal immer ran und schon bin ich weg. Scheiße, ich habe mich angestellt. Was ist jetzt los? Achso, ich könnte ja wiederbelebt werden. Na ja. Oder mal, nimm ich jetzt mal eine... Wie gesagt, geh ja gleich auf mich, geh auf neben mir rein. Ach, ja, jetzt habe ich jetzt für den Bild verpeilt. Sorry. Ich bin bei A jeden Fall. Okay. Na, ich komme zu dir. Ich sehe dich, ich sehe dich. Okay, ich komme. Jetzt bist du Ostern je. Ach ja, jetzt habe ich auch rausgeweht. Jetzt musst du mir bloß noch erklären, wie ich jemandem sanitä... Also sanitämäßig helfen kann. Das ist ein MG-Schürz irgendwie. Na egal.